hey leute ich begrüße euch hier auf etwas mehr wasser zu einem neuen video hier auf meinem kanal und heute möchte ich euch die neue tunze 60 75 nanostream vorstellen ja die tunze nanostream ist die konsequente weiterentwicklung oder weiterführung der ecotradition die tunze sich auf die fahne geschrieben hat und zwar weiterführung der 605 bloß mit dem unterschied ich blende euch mal das ganze was hier so auf dem tisch liegt ein das ist im prinzip der komplette paketinhalt müssen wir jetzt nicht näher darauf eingehen sehen wir gleich alles die 61 die 60 75 hier ist wie ihr seht eine schöne kleine kompakte pumpe da sieht man etwas besser sie ist definitiv kleiner sehr viel kleiner hat eine maximale stromaufnahme von 8 watt bei einer leistung von 7500 liter und diese 7500 liter sind schon richtig richtig gut habt ihr glaube ich vielleicht gesehen wer mein live verfolgt hat als ich die pumpe hier letztes wochenende hier im jascha eingesetzt habe meine controller leiter gottes auf 100 prozent gestellt werkstechnisch und 7500 liter hier in diesem kleinen becken war dann doch ein kleines bisschen viel aber das waren auch volle leistung sie lässt sich ja definitiv noch weiter runter stellen ich glaube das minimum waren 2300 oder 2500 liter ja was ich schon mal von vornherein sagen möchte die pumpe kommt mit einem mit einer neuen art von gehäuse daher beziehungsweise einer anders hergestellten art von gehäuse so mir fällt gerade auf da fehlt noch was genau kabelschutz dieses gehäuse hier oben ist nicht wie wir das von tunze kennen im spritzguss verfahren hergestellt sondern tatsächlich im 3d druck beziehungsweise in einer variante des normalen 3d druck also nicht so wie wir es kennen ich versuche das noch dementsprechend einzublenden ich habe jetzt gerade die bezeichnung natürlich nicht drauf dumm stark und wassersicht wie ich war bin ich normal bin ich hingegangen habe die verkleidung hier oben angefasst und habe sie etwas verformt bei dieser verformung ist mich hier unten aus der entsprechenden aus dem entsprechenden geht da was rausgebrochen so es gibt natürlich auch noch eine andere variante die ich eigentlich bisher noch nicht eingesetzt habe um diese diesen korb hier abzubekommen also ihr solltet wenn ihr an den korb dran wollt nicht wie üblich hier oben dran fassen und dann abziehen ja weil damit verformt man diesen korb und dann kann es zu brüchen kommen sondern geht hierhin setzt den fingernagel hier zwischen wahrscheinlich macht machen dass alle anderen auch so bloß ich nicht und dann könnt ihr den hier ohne verformung abnehmen so dieser korb ist jetzt erstmal für mich geschichte die firma tunze war so nett und hat mir einen ersatz geschickt nachdem ich den popa hier dementsprechend geschildert habe gleichzeitig mit der erklärung dass es halt kein spritzguss teil ist wie was von der firma tunze kennen sondern erstmal ein 3d gedrucktes teil hintergründe dazu erzähle ich euch mal den live so dann machen wir den neuen korb hier drauf und schon haben wir es wieder hübsch so die übliche steuerung haben wir jetzt hier beziehungsweise halterung steuerung halterung haben wir hier mit den entsprechenden abstand seid vorsichtig wir haben hier können wir diese pumpe an glas einsetzen bis zu 15 mm also die die halterung sind ziemlich stark seid aber bitte damit vorsichtig einbringen ganz normal wie ihr es kennt wir können die pumpe tatsächlich jetzt habe ich hier die nicht richtig eingehackt so kaputt gemacht nein ihr könnt die die pumpe ganz normal wie es kennt hier an die halterung dran bringen und dann einstellen wie ihr das wollt oder hier verdrehen wir das wollt oder das ganze an eine dreheinheit anbringen da sind alle möglichkeiten offen der tunze hub beziehungsweise diese diese süße kleine gerät ist ja in der lage unsere pumpe online zu bringen wir können aber hiermit auch ganz normal arbeiten also sprich im manuellen modus und unsere strömung stärker einstellen wir können wellen einstellen wir können pulse einstellen und 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 jetzt habe ich von einigen von euch da draußen gehört ich habe probleme die in den hub reinzukriegen ja das kann passieren und zwar grundsätzlich dann wenn sich irgendwo freizeichen schreibfehler oder ähnliches einschleichen ich würde sagen wir schauen uns das ganze jetzt hier mal an ich schließe die pumpe jetzt noch nicht an das geht übrigens auch hätte ich vielleicht vorher machen sollen und gibt dem ganzen kind hier mal strom wenn ich den strom und geht noch einschalten würde dann würde hier vorne dann auch dementsprechend etwas leuchten wir haben jetzt hier oben die einstellung habe ich direkt gemacht auch cloud wenn wir das ja auch manuell stellen dann haben wir hier direkt die die leistungsanzeige die wir dann über die plus und minus tasten dementsprechend einstellen können wir wollen das ding aber jetzt in die cloud bringen und dafür muss ich das auch auf cloud hier oben stehen dann erzeugt dieses gerät ein eigenes wlan einen eigenen hotspot und mit diesem hotspot muss ich mich verbinden so jetzt nehme ich auch mal mit auf mein ipad und dann machen wir das ganze mal zusammen so ich bin jetzt gerade hier noch mit meiner fritz box verbunden und hier unten im bereich steht schon tz für tunze und die entsprechende seriennummer dann dahinter das ist das wlan wo wir uns einklinken müssen das entsprechende passwort für dieses wlan ist password klein geschrieben am stück sollte man tatsächlich so auch dann nehmen ich habe es hier jetzt schon drin weil ich mich schon vorher mit dem gerät beschäftigt und das dementsprechend verbunden habe so wir sind verbunden und jetzt müssen wir uns natürlich hier auch dieses gerät einwählen dafür müssen wir eine ip-adresse angeben und die ist im endeffekt 192.168 also 168.100.1 und da oben steht auch schon tunze setup assistent da haben wir das entsprechende interface so und als allererstes gehen wir hin und suchen uns die entsprechende wifi verbindung aus die hier dementsprechend für dieses netzwerk zuständig sein soll und da sucht man sich am besten die aus die am stärksten und in der nähe ist ich habe hier oben garten normal oder fritz box ov die sind beide in einer guten entsprechenden reichweite wir müssen auch zur verbindung nicht hingehen und 2,5 gigahertz ausschalten dieses gerät schafft es auch tatsächlich das ganze ohne zusätzliche einstellung zu verbinden ich nehme jetzt meine ganz normale fritz box unten ja die verlängerung hier oben kann ich auch nehmen ist aber nicht notwendig ich habe tatsächlich hier oben noch ein anderes netzwerk das 5g netzwerk dieses wird hier erst gar nicht angezeigt von daher können wir es auch nicht auswählen also der tunze hab wählt tatsächlich nur dieses 2,4 gigahertz netzwerk aus und zeigt es auch nur an so wir nehmen hier das ov und jetzt bin ich mal gespannt ob das noch funktioniert wir machen kurzen break so musste gerade eben ein passwort neu kopieren das hat ein bisschen zu lange gedauert und wird das dann dementsprechend gelöscht passwort wird hier jetzt nicht angezeigt ihr solltet aber bitte bei euch hingehen und das nochmal überprüfen ob da ein entsprechendes freizeichen sich beim kopieren dazu geschlichen hat oder 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 das ist ganz ganz wichtig weil ansonsten funktioniert das ganze hier nicht so dann gehen wir auf apply wir haben jetzt im unteren bereich noch stehen dass die verbindung zu dem netzwerk momentan noch inaktiv ist weil das ganze noch als hotspot gilt das nächste was wir jetzt noch machen müssen ist wir müssen unsere entsprechenden daten login daten für den tunze hab dann dementsprechend hier angeben das ist ganz wichtig und als allererstes geben wir dem kinden namen 60 75 dann kommt mein login und mein passwort ich hoffe ich habe es richtig geschrieben ansonsten wird auch wenn wir jetzt gleich dann direkt überprüfen ob das alles so funktioniert hat no connection to server genau weil das ganze halt noch im hotspot modus ist und noch nicht verbunden ist zur cloud dafür müssen wir das ganze erst mal restarten so eine kleinigkeit habe ich noch die ich noch eben vergessen hatte wenn ihr natürlich hingeht und und pech gehabt hat bei der eingabe sagen wir es mal so dann kann es natürlich sein dass ihr halt euch nicht mit dem mit der cloud verbinden könnt oder euer system kommt erst gar nicht ins internet dann müsst ihr natürlich wieder zurückkommen auf diesen hub hier also sprich auch diesen modus des hotspots und da gibt es im prinzip eine ganz einfache möglichkeit ihr drückt den button hier drei sekunden lang dann blitzt einmal alles auf und das gerät geht in den hotspot modus wieder und ihr könnt das was ihr gerade eben gesehen habt also sprich das entsprechende wifi auswählen und die daten dann dort neu eingeben um alles wieder zu korrigieren oder euch woanders einzuklinken oder wie auch immer solltet ihr dann alles gemacht haben oder gedacht haben oh ich habe jetzt leider zu lange gedrückt auch kein problem das gerät einmal vom strom nehmen kurz warten wieder an den strom dran und dann geht er mit den vorher eingespeicherten daten wieder online können wir jetzt gleich hier sehen wenn beide lichter gleich oben an sind er verbindet sich gerade so jetzt ist er wieder in der cloud verbunden und ihr könnt ihn wieder ganz normal über die cloud steuern das hatte ich noch vergessen mit aufzunehmen also weiter geht es im programm und wir wechseln jetzt hier mal ins normale netzwerk wieder zurück weil das gerät mir zumindest gerade anzeigt dass es eine offizielle verbindung hat so netzwerk ist schon übergewechselt weil das andere netzwerk nicht da ist und wir gehen hier zum tunse hub ich bin so und da ist die pumpe schon direkt drin also wenn man alles richtig macht und alles richtig einrichtet und der pumpe beziehungsweise sein passwort und großen kleinschreibungen beachtet kommazeichen freizeichen et cetera sollten nicht im passwort sein oder in der entsprechenden verbindung zum gerät dann funktioniert es genauso wie ich euch gerade gezeigt habe ich habe es das ist meine ganz normale verbindungsroutine und ihr habt gesehen es hat direkt funktioniert da unten steht die pumpe auch dann dementsprechend mit drin so und wo man dann gerade schon mal hier sind können wir dann natürlich auch die pumpe einrichten wir haben jetzt hier noch einen entsprechenden zeitraum vorgegeben den ich im vorfeld schon programmiert hatte wobei jetzt hier noch keine leistungsdaten drin sind weil die pumpe auf werkseinstellungen zurückgegangen ist aber natürlich die seriennummer erkannt wurde und dementsprechend dann jetzt hier gesagt wird ja aber das kennen wir schon ich gehe mal kurz oben auf deutsch die pumpe kennen wir schon da war eine programmierung hinterlegt aber die leistung setzen wir einfach mal runter so wir haben jetzt hier von 8 bis 22 uhr konstante stärke eingestellt und können tatsächlich dann jetzt hier einfach hingehen die den schieber auf eine eine gewünschte leistung und ich nehme tatsächlich nur 25 prozent leistung der pumpe weil wir ja wissen dass die hier in dem entsprechenden bereich ziemlich ja dass da ziemlich viel druck hinter ist das reicht vollkommen aus so hier haben wir jetzt tatsächlich das hat auch konstante stärke da kann ich die pumpe dann runter auf 10 prozent setzen das gleiche mache ich hier hinten setze das auch auf 10 prozent so und dann ist im prinzip die programmierung schon abgeschlossen so gesagt ja aber das war ja einfach der hat ja schon alles vorbereitet ja habt ihr recht gehen wir mal hin und schauen uns das hier an die zeitsteuerung oben ist dann dementsprechend noch möglich hier unterscheidungen zu machen wenn ich jetzt zum beispiel hier in dem bereich nochmals eine andere art von strömung haben möchte gehe ich auf das mittlere symbol um diese zeit diesen zeitslot zu teilen und ihr seht ihr von 8 bis 15 und von 15 bis 22 der halbiert immer dann den vorhandenen zeitraum und in diesem zeitraum könnte ich jetzt hingehen ich sage jetzt mal zum abend hin nehmen wir ein kleines nehmen wir eine andere art von strömung schneller puls von einer sekunde und 8 prozent bis 22 prozent also die 22 bis 25 prozent sind für diese kleine becken tag sich tatsächlich möglich wir haben da noch andere möglichkeiten eine entsprechende rampe also sprich dass er nicht schlagartig hoch geht sondern dass dass der dann halt langsam hoch geht das wird dann hier dementsprechend auch unten angezeigt dass er halt nicht direkt voller power das ist dann wenn er zu schnell angeht dann würde es vielleicht auch oben drüber stehen also langsam im bereich von 0,32 sekunden das ganze hoch zieht wir können den puls invertieren das heißt dass die rampe genau andersrum läuft und wir können einen entsprechenden tageszyklus an und ausschalten da bin ich noch nicht ganz hinter gekommen aber wir haben die möglichkeit so so schaut dann dementsprechend hier aus von der programmierung und da könnt ihr euch im prinzip austoben ihr könnt das über den gesamten tag verteilen wir haben aber natürlich auch die möglichkeit zu sagen okay wir möchten das ganze auf zufall programmieren das zum beispiel eine sache die tun sie jetzt mit hier mit diesen kontrollern machen kann weil die halt ans netz angebunden ist kann man mal eben ein update einspielen und wir haben dann neue funktionen das finde ich ziemlich ziemlich geil wer das natürlich nicht will und nicht in die cloud das ganze einhängen will kann diese pumpe auch konventionell ganz normal benutzen ja ich hoffe ich konnte euch das hier so ein kleines bisschen mit der programmierung etwas besser zeigen und ich würde sagen wir gehen jetzt einfach mal hin ich installiere die pumpe im becken und ihr schaut euch das ganze spiel mal an dann schalten wir sie gleich gleich mal an aber als allererstes müssen wir noch mal ganz kurz vorbereiten hier den kabelschutz weil ich diese pumpe auch demnächst irgendwann mal an eine dreheinheit dran setzen möchte ist es definitiv sinnvoll hier im kabelschutz drum zu machen sehen sofort wieder so kabelschutz ist dran ich blende mal eben kurz um aufs handy damit ihr das seht hier ich habe den hier vorne angesetzt aufgetragen und hier diese tülle ist tatsächlich so groß dass man diesen kabelschutz wenn man hier hinten kräftig noch mal nach zieht bis in diese tülle rein kriegen kann das ist wahrscheinlich auch sehr sinnvoll dann ist er nämlich bis zum ansatz geschützt wir haben hier eine saubere sichere verbindung und ja das ist dann dementsprechend so wie es sein soll damit auch nichts ans kabel dran kommt so klammer drüber für meine montageart die ich jetzt hier gewählt habe muss ich noch mal eben kurz gucken am besten so seitlich weg dann können wir das ganze dann dementsprechend hier montieren bei dem jascha hier hinten ist es definitiv so dass die scheibe recht dünn ist also da muss ich auch auch dementsprechend aufpassen von daher auch wenn ihr das in einem nano einsetzt bitte passt auf weil die magneten sind wirklich sehr sehr stark so steht das kabel jetzt hier mal hinten rum packt das ein da ich keine dreheinheit im moment dran habe kann ich auch dementsprechend das mal einfach verlegen nehmen wir das ganze mal mit nach vorne sauber verlegt und montiert wird es dann dementsprechend wenn ich hier ja das kommt da hinten noch hin aber zur demonstration mache ich das hier so so wir haben jetzt hier da ist noch ein weißer punkt und der gleiche weiße punkt blende ich euch mal separat noch mit ein ist hier auf dem gerät so dass ihr das auch ohne großes fummeln und verdrehen punkt über punkt zusammenstecken handfest anschrauben fertig so wir haben hier sowieso das gute kabel dran also das hightech kabel was erkennt und ja ich würde sagen ich bin wieder mal um aufs handy und guck mal dass ihr das hier zu sehen bekommt und eigentlich gibt es nicht viel zu sehen der controller geht hin fängt an zu blinken versucht sich jetzt mit der cloud zu verbinden um sich die entsprechenden daten zu holen und tatsächlich ist das gerät jetzt hier wieder direkt online und wird dann dementsprechend hier angezeigt und kann auch wieder mit gearbeitet werden und hinten hier seht ihr ist die pumpe dann dementsprechend jetzt am arbeiten so der modus in dem sie jetzt am arbeiten das ist 22 prozent leistung und ihr seht wir haben hier ja wir kommen bis kurz dran ich gehe jetzt mal hin und wechsel hier den modus indem ich ganz einfach hier drauf gehe konstante stärke steht ihr das wollen wir ja nicht gehen wir mal auf schnellen puls mit einer stärke von 8 bis 22 prozent die rampe will ich haben und das ganze im sekundentakt ihr seht der geht direkt hin setzt es um also ich könnte die rampe jetzt auch noch ein kleines bisschen verkürzen die zeit dann haben wir einen schnellen puls drin oder wir gehen hin und sagen okay wir machen zweieinhalb sekunden da seht ihr dann dementsprechend dass wenn ich mir hier im hub was einstelle wird das auch direkt zur entsprechenden pumpe gesandt so aber ich möchte tatsächlich hier konstante stärke haben so habe ich es umgestellt auf 22 prozent konstante stärke und im heute nachmittag um 15 uhr schaltet er dann auf den puls modus um den ich hier dann dementsprechend so eingestellt und konfiguriert habe und so kann ich mir den gesamten tag dann konfigurieren allerdings muss ich dann auch dazu sagen immer in einstunden slots ja das ist momentan noch so ein kleines manko aber das dürfte dann irgendwann programmiertechnisch dann auch von tunze geändert werden aber jede stunde eine andere art von strömung einzustellen da habt ihr dann auch genug zu tun also wir haben mit dieser pumpe definitiv sehr sehr viele möglichkeiten und bei der stromaufnahme bin ich definitiv auch mit dabei weil jetzt nur mal zum vergleich die pumpe die ich vorher dran hatte hatte eine maximal förderleistung von viereinhalb tausend liter bei 15 watt aufnahme das ist ja eigentlich auch schon sehr sehr gut gewesen diese pumpe hat jetzt hier maximal 8 watt und kann bis zu 7500 liter drücken und das ist natürlich ich sag mal ein richtiger quantensprung von daher die entsprechende technologie so wie es jetzt gemacht wird finde ich richtig gut also tunze ist da definitiv auf den richtigen weg solltet ihr noch fragen haben zur pumpe zur installation zum tunze hub oder so schreibt unten drunter oder kommt einfach am wochenende in meine lives rein da kann ich euch das dann auch dementsprechend zeigen und ich würde sagen vielen lieben dank für eure aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten video beim nächsten live in diesem sinne einen schönen tag abends oder nachts oder wann auch immer ihr dieses video hier gesehen habt bis zum nächsten mal däumchen nicht vergessen euer viper ciao